Hallo! Vom 18. bis 21. November ist es soweit. ExpoLingua Online 2020. Alles rund um Sprachenlernen, Sprachberufe, Übersetzung und Sprachenlehren. Alles live, alles zum Mitmachen. Sprachkurse, Sprachspiele, Workshops und Interviews. Mit der Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen. Mit allen Informationen zum Thema Ausland trotz Corona. Wir sind hier im Jahr 2020. Mit unbegrenzten Zugang und kostenlosen Tickets. Melde dich einfach an unter www.expolingua.com Vom 18. bis 21. November live online. Wir freuen uns auf dich! ... Vielen Dank.